Ein Ford Transit steht hier zum Verkauf. Drei Personen haben in diesem weißen dreithürigen Transporter Platz. Der Transporter besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partikelfilter, Bordcomputer, elektrische Fensterheber, Multifunktionslenkrad und vieles mehr. Das Schaltgetriebe des Diesel überträgt eine Leistung von 125 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 22.869 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohaus Kögler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.